hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren part von war ihr touch wie viele wir haben noch haben auch wir haben noch massiv gut so wir machen dann das nächste starten mit retro action genau dass dieser vater mit seinem sohn und dieses spiel ganzer seit videospiele und ja genau sie haben ein toll ich hatte gerade mal freuen sich es ist soweit fast 36 volt mann ist da ich habe ein ja 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 ich habe ein schlender haus ist ja genau 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 ich kann es kaum erwarten da 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 das ist wahnsinn genau rein mit dem spiel spiel auch cool dafür dazu ist so schön lebt das blutband genau kaum wahnsinn genau wir haben gewonnen wir besitzen jede konsole für die es bis jetzt gibt es gibt zwar mehr aber wir haben mehr denn das ist geil ist das witzig das ist so cool nein nein das ist das war gar nicht das ist das war wirklich das ganze seht vorher das war ja das war witzig Oh Stage clear Was ist denn meine Aufgabe? Ah, sind das? Das sind doch diese Dosen, die DUCK hat nur bei Super Smash einsetzt, oder? Ja Hallo Oh man Ich kann Ja Wir haben noch genug Zeit Wir haben noch Zeit Das nochmal ausprobieren Hallo Mann Ich bin 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 Ich bin